Also, die ist voll auf Beute fangen, ja. Aber bei ihrer Freundin, die bis sehr, Leute, ist denn das immer mit meiner Nase? Die müssen, also bei ihrer Freundin, die müssen ein sehr gutes Verhältnis haben, dass die da wirklich so eine Respekt, so eine Barriere hat, ja. Leute, das tut mir leid, Leute. Das ist ja unglaublich. Ach, da kriege ich nicht, dass ich jetzt eine Dachflasche auch noch kriege. Das ist ja unglaublich. Gut, also, ja, die kommt sich dann hier raus. Ich muss mich wirklich jetzt bemühen, mich nicht jetzt hier, ja. Kann auch sein, dass ich mich gleich nochmal schnürze. Das macht so, Leute, das ist so. Okay, also jeweils krümmt die sich dann im Bad, weil sie mit ihrer Freundin nichts tun, ne. Ich kann jetzt nicht in die Kamera gucken, wenn ich mich das anschaue, dann lache ich mir kaputt, ja. Entschuldigung. Also, Leute, jetzt wirklich mal, ja. Die krümmt sich dann im Bad, weil sie einfach ihrer Freundin nicht, und die versucht nicht, und die Freundin will noch zur Uni und sagt, wenn ich habe, ich habe heute Prüfung, ja. Kannst du mir bitte, was? Ja, aber das geht wieder. Das, meinst du? Mein, meinst du? Ja, das will ich doch stark kommen. Das mache ich. Ich habe ja auch vor, ich habe ja auch vor, am Ende des Jahres, so Silvester eigentlich, Leute, spätestens am 1.1., damit ihr noch gute Laune habt. Hab ich ja... Okay, nein. Habtet mal. Oh, das fand ich genau, was das ist. Meine Güte. Also, einfach da vor. So, was soll ich dir jetzt sagen, Kinder? Gami, hör auf, bitte. Ich kann nicht mehr her. Kinder, ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich bin auch nicht verschminkt, dass sie das verwischt ist, ey. Benami, Blümchen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.